Suitable Flash basiert auf der Kurzgeschichte The Thing on the Doorstep von H.P. Lovecraft aus dem Jahr 1933. Darin geht es um eine Psychiaterin, die sich von ihrem neuen Patienten und seinem ungewöhnlichen Verhalten so angezogen fühlt, dass sie ihre eigenen Regeln bricht und sich zu einem Hausbesuch hinreißen lässt. Dieser endet allerdings in einem Blutbad und so gerät das Leben der Psychiaterin völlig außer Kontrolle, dass sie immer mehr in den Bann des jungen Mannes gezogen wird, hinter dessen dämonischen Verhalten ein schreckliches Geheimnis steckt. Joe Lynch führte bei Suitable Flash Regie und der ist nicht nur Regisseur, sondern auch Drehbuchautor, Produzent und auch Schauspieler, hat in einigen Filmen hier kleinere Rollen gespielt. Aber er hat zum Beispiel auch bekanntere Filme inszeniert, wie zum Beispiel Wrong Turn 2 oder auch Everly mit Salma Hayek. Und er hat hier Suitable Flash so ganz im Stile von Stuart Gordon inszeniert, der ja einige H.P. Lovecraft-Geschichten verfilmt hat, wie zum Beispiel Re-Animator oder auch Castle Freak. Und Joe Lynch hat das Ganze hier eben wie so eine Hommage an diese 80er und 90er Jahre Verfilmungen inszeniert. Aber teilweise lässt er den Film auch aussehen wie so eine absichtlich günstig produzierte TV-Verfilmung. Und das muss man natürlich im Hinterkopf behalten, weil ansonsten denkt man sich, hoppala, was ist denn hier los? Heather Graham spielt die Rolle der Psychiaterin Dr. Elizabeth Derby absolut hervorragend, speziell wenn es zum Ende des Films hingeht. Ihr Charakter oder ihre Rolle, die wandelt sich im Verlauf des Films. Wir haben zum einen da zu Beginn eben diese verständnisvolle Psychiaterin und das ändert sich aber im Verlauf des Films, denn sie verliert immer mehr die Kontrolle über ihren Körper, wird dann besessen und dreht zum Ende hin völlig durch, verliert auch den Verstand und das spielt sie wirklich absolut hervorragend. Außerdem bringt sie noch immer diesen Sexappeal mit, den man aus Boogie Nights oder auch aus Austin Powers her kennt. Und deswegen knistert es auch so richtig in den Erotik-Szenen, wird dann aber auch sehr unterhaltsam, wenn sie besessen ist und ihren eigenen Körper erforscht. Ihre beste Freundin und ebenfalls Therapeutin Dr. Daniela Upton wird von niemand geringeren als Barbara Crampton gespielt, die ja bereits in Re-Animator 1985 zu sehen war. Sie ist mittlerweile 65 Jahre alt und sieht immer noch absolut umwerfend aus. Wenn sie sich zusammen mit Heather Graham in die blonden Haare bekommt, dann werden hier sämtliche Klischees aus den 80ern bedient, sodass man sich eigentlich nur noch fragt, wo ist der Schlamm und die Bikinis. Herrlich! Der junge Patient Asia wird von Judah Lewis gespielt. Der war zum Beispiel in den beiden Babysitter-Horror-Komödien auf Netflix zu sehen. Ich muss sagen, wenn sein Charakter hier vom Fluch besessen ist, dann spielt er das richtig gut und überzeugend. Im Normalfall ist der Charakter aber wieder mal voll die Lusche, nicht schlecht gespielt, nervt aber irgendwie. Was mich persönlich aber am meisten genervt hat, das waren diese Body-Switch-Szenen. Also die waren einfach zu viel von der Anzahl her. Story-bedingt muss es einfach auch zu mehreren kommen. Hier mag ich natürlich nicht spoilern. Das Ganze hat auch ein bisschen so einen Hintergrund wie The Hidden, aber ist dann doch ein bisschen anders. Dennoch, wie gesagt, muss es storybedingt zu einigen dieser Wechsel kommen. Aber für meinen Geschmack war das einfach zu viel. Das Ganze wurde dann natürlich auch völlig überdreht dargestellt. Eben ganz im Stile der 80er und 90er Jahre Verfilmungen, dass du hier dieses Zittern hast, dieses Schreien und auch diese Krämpfe. Dann wird dir hier immer wieder die Hand in Nahaufnahme gezeigt, wo dann eben die Finger so nach außen gehen und du hörst dabei ein paar Geräusche, dass du denkst, wir sind hier bei der Verwandlung von American Werewolf. Also völlig überzogen. Ist aber natürlich eine Hommage an diese alten Filme. Das finde ich völlig okay. Aber wie gesagt, die Anzahl von diesen Szenen, die hat mich gestört. Es waren hier insgesamt 10 oder 12. Und da hätten definitiv 3 oder 4 ausgereicht. Reduzieren hätte man für meinen Geschmack auch definitiv die Lauflänge. Insgesamt haben wir hier aufgerundet so circa 100 Minuten an Laufzeit. Aber es passiert herzlich wenig bis zum großartigen Finale. In der Mitte haben wir dann eben so einen Part mit einer Enthauptung. Und die eskaliert dann kurzfristig. Da spritzen dann auch Blutfontänen raus, wie in den besten Quentin-Tarantino-Streifen oder Anime-Filmen. Ja, auch völlig überzogen und natürlich absichtlich so dargestellt. Aber dazwischen passiert halt wirklich sehr, sehr wenig. Okay, es wird ein bisschen rumgeknutscht und wir sehen ein bisschen nackte Haut. Aber wir Horrorfilm-Fans hätten uns da definitiv ein bisschen, ja, etwas anderes darunter vorgestellt. Beim Thema Suitable Flash, also geeignetes Fleisch. Zum Schluss hin eskaliert die Situation und auch der Film. Hier kommt es speziell in einer Szene zu einem richtig kreativen Einsatz von einer Einparkhilfe in Form des Monitors hier im Auto. Also das fand ich wirklich kreativ. Dann wird es auch noch sehr blutig. Und Heather Graham speziell, ja, die dreht hier nochmal schauspielerisch richtig auf. Wer den Hintergrund nicht kennt, dass es sich hierbei um eine Verfilmung einer Geschichte aus dem H.P. Lovecraft-Universum handelt, auch wenn es nur eine Kurzgeschichte ist, und dass das Ganze eben als Hommage an diese Verfilmungen aus den 80ern und 90ern dienen soll, der wird mit Suitable Flash, glaube ich, wenig Spaß haben. Da ist der Film aber auch selbst schuld daran, denn es gibt hier einige Symbole zu sehen, zum Beispiel in Büchern aus dem H.P. Lovecraft-Universum mit einigen Gestalten und Kreaturen. Aber es wird dir gar nichts erklärt in diesem Film. Und du bekommst auch keine Background-Story zu den einzelnen Charakteren. Und das ist natürlich sehr schade. Ich fand den Film ganz okay. Phasenweise war er mir etwas zu lang geraten und dann eben auch zu übertrieben von der Anzahl von diesen Körperwechslungsszenen. Aber ansonsten war es auch recht unterhaltsam, ein bisschen erotisch. Und wenn unsere beiden Blondinen hier aufeinandertreffen, dann ist das schon das Highlight des Films. Garniert mit ein paar blutigen Gorszenen. Also, meine lieben Filmfreunde, das soll es gewesen sein von meiner Seite aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald und Servus.